Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank, Josef, für deine Einladung. Wo ist er denn jetzt? Ah, da hinten sitzt er. Ja, wunderbar. Ich bin Tom Lausen, aber ich bin ja auch schon vorgestellt worden und ich würde einfach mal gleich reinspringen. Also das Bild, was Sie hier sehen, Thema künstliche Intelligenz, das kommt heute auch noch. Künstliche Intelligenz ist etwas, was sozusagen die nächste Art der Pandemie ist, die über uns fallen wird. Das kann ich Ihnen jetzt schon heute versprechen. Und wir können das aber auch wieder für uns benutzen. Also ich sage mal für uns, für uns Menschen, wir können das ganz gut einsetzen und dazu komme ich heute mal. Ich werde Ihnen auch noch, wenn ich die Gelegenheit bekomme, ein paar sehr interessante, vielleicht auch für Sie erschreckende Dinge zeigen, die Sie noch nie gehört haben. Die künstliche Intelligenz habe ich gefragt, wie siehst du dich? Und sie hat mir dieses Bild gemalt, sie oder er oder es, das weiß ich nicht so genau. Und deswegen habe ich das mal als Vortragsbild genommen, weil künstliche Intelligenz noch ein Thema ist für mich heute. Aber ich habe auf der Tagesordnung gesehen, es ist geschrieben, die Gefährdung des Gesundheitssystems. Das ist ein Terminus, der hat sich überhaupt nicht eingebürgert. Den muss ich jetzt hier mal so beschreiben, wie er war. Es hieß nämlich die Überlastung des Gesundheitssystems. Das wissen Sie auch alle und ich glaube, jeder hat das schon mal gehört. Und deswegen würde ich es gerne für heute dahingehend ändern, dass wir für die nächste Pandemie, Pandemie ist in Anführungszeichen, da komme ich nachher auch noch zu, dass wir alle einfach mal herausfinden, wie messe ich, ob eine ausgerufene Gesundheitskrise schwere Auswirkungen auf das Gesundheitssystem hat oder eben auch nicht. Und zwar aufgezeigt an unserem wirklich noch präsenten Beispiel Corona. Das ist heute die Idee, damit wir auf die nächste Pandemie nicht so völlig unvorbereitet gucken. Und es gibt Messpunkte. Man kann ja im Leben alles messen, zumindest alles, was irgendwie sich sichtbar zeigt für uns. Bei Viren kann man das ja auch. Da kann man ja so einen neuartigen, naja, den gibt es ja schon länger, PCR-Test einsetzen. Da kann man dann auch unsichtbare Dinge sehen. Ich fange mal an mit dem Messpunkt Nummer eins, die Krisenmanager. Also, wenn Sie eine Pandemie in Aussicht gestellt bekommen, dann wäre eine gute Idee, wenn Sie sich die eigentlichen dafür berufenen Krisenmanager mal genauer anschauen. Das wollte ich mit Ihnen gerne mal machen. Sie erinnern sich, 13.03., können Sie sehen, das Datum steht da unten, 2020. Machen wir mal kurz ein Rückspulen zu diesem Tag. Jetzt regiert der Krisenstab. Ich weiß nicht, ob Sie überhaupt wissen, wer das alles war. Eine Sache kann ich Ihnen aber sicher sagen, das ist ganz aktuell. Paul Schreier vom Multipolar hat die Krisenstabsprotokolle herausgeklagt. Und da wir jetzt hier gerade am 13.03.2020 waren, ist das ja drei Tage, bevor man ganz offensichtlich die Risikoeinstufung von Corona von mäßig auf hoch machen wollte. Man möchte den Namen desjenigen, der das tatsächlich dann auch freigeben sollte, nicht zeigen. Deswegen hat man das geschwärzt. Offensichtlich ist im Krisenrat auch Krise ausgebrochen. Die haben Sorge, dass sie vielleicht dabei erwischt werden, dass das am Ende eine politische Entscheidung gewesen ist. Ob es eine politische Entscheidung war, können wir jetzt zusammen nochmal rausfinden. Denn am 13.03. haben die Herren und Damen zusammengesessen. Und das hat genau so ausgesehen. Ich lasse das mal auf Sie wirken. Sie haben ja alle Erfahrungen mit einer Pandemie gemacht. Diese Herren sind die Manager, die in der Krise wirklich absolute Experten gewesen sein sollen und sie alle, uns alle, da durchbringen sollten. Was fällt Ihnen auf? An dem Tag, an dem man gesagt hat, wir skalieren die Risikostufe von einem neuartigen Virus von mäßig auf hoch. Mit der kurze Zeit später aufkommenden Folge, alle Leute einzusperren in Form eines Lockdowns, ihnen Masken zu verteilen. Das war zwar noch nicht ganz am Anfang, aber der Lockdown war ja gleich da. Ich finde, jetzt gebe ich Ihnen mal meine Meinung, die sitzen ganz schön dicht beieinander. Und ich finde dafür, dass Sie Experten sind, sitzen Sie ganz schön dicht beieinander. Und ich finde dafür, dass Sie sagen, dass es ein hohes Risiko gibt, sich asymptomatisch mit Corona einem Virus, das hoch vom Risikopotenzial einzustufen ist. Und hier sitzen nicht nur die Jüngsten, dafür, finde ich, sitzen die ganz schön dicht beieinander. Und wenn ich mir das so angucke, dass diese Leute darüber Entscheidungen gefällt haben, die vielleicht doch nicht aus medizinischen oder aus virologischen oder epidemiologischen oder infektionsepidemiologischen Gründen gefällt wurden, sitzen die tatsächlich ganz schön dicht beieinander. Und dann sehe ich auch die Reporter, die da noch sind. Und hier scheint es ja wohl irgendwie nur um eine Öffentlichkeitsdarstellung zu gehen. In diesem Bild ist ziemlich viel. Also wenn man sich das noch länger anguckt, dann stellt man zum Beispiel fest, dass da hinten ein Bundeswehrgeneral sitzt, ganz hinten links. Von dem haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Das ist Dr. Hans-Ulrich Holtherm. Und Dr. Hans-Ulrich Holtherm hat quasi im Januar den ersten Anruf von Herrn Spahns Büro bekommen. Es soll eine neue Abteilung gegründet werden, die über dem RKI positioniert ist und weisungsbefugt gegenüber dem RKI ist. Das heißt also, eine Wissenschaftsbehörde wie das RKI kriegte einen militärischen Weisungsbefugten überstellt, den Dr. Hans-Ulrich Holtherm. Der ist nämlich Leiter der Abteilung 6 geworden, die es zuvor noch nie gegeben hat in der Geschichte des Bundesgesundheitsministeriums. Und man hat dann eine Abteilung für Gesundheitssicherheit, Nachhaltigkeit und Klimawandel, glaube ich, heißt die. Also, jetzt wundern wir uns ein bisschen, dass das so eine Gesamtabteilung ist. Man muss dazu sagen, der General, der da hinten sitzt, ist dann Ende 21 auch kurz nach dem Regierungswechsel ausgeschieden. Jetzt ist er in dem neuen Expertinnen, das muss ich so sagen, weil das auch so heißt, Expert, großes Innenrat für Gesundheit und Resilienz als Dauergast. Ich habe fragen lassen über einen Abgeordneten. Warum? Ich würde es gerne wissen. Ich bin immer so neugierig. Gut, nehmen Sie diese Eindrücke mit. Das war ja nur ein Messpunkt. An diesem Messpunkt würde ich sagen, wenn Sie bei der nächsten ausgerufenen Pandemie sich die Krisenmanager angucken, dann würden wir ja erwarten, dass das ein bisschen ausgedünnt ist. Die haben ja sicher auch was dazugelernt. Tja, dann kommt ein etwas sachlicherer Messpunkt. Das ist das gleichmäßige Auftreten von Fallzahlen einer Krankheit in einer ausgerufenen Pandemie. Das gleichmäßige Auftreten, damit meine ich beispielsweise, wenn Sie eine Krankheit haben, die Sie nicht planen können. Also bei einer Krebsoperation, da kann ich planen, dass ich Donnerstagnachmittag dann eingeliefert werde oder aufgenommen werde. Aber ich muss jetzt wahrscheinlich nicht ganz plötzlich hin. Bei Herzinfarkten wäre das anders. Das ist ja auch eine plötzlich auftretende Erkrankung, die quasi nicht bis nächsten Donnerstag warten kann. Und deswegen habe ich mir ganz am Anfang eine Studie besorgt. Das ist auch, glaube ich, die einzige seiner Art. Nämlich über alle, die die Myokard-Infarkte hatten, über 13 Jahre gesammelt auf der ganzen Welt. Und man hat geguckt, an welchen Wochentagen sind die eingeliefert worden. Und natürlich, klar, rein statistisch musste es so sein, weil das plötzliche Ereignisse sind, die man nicht so gut planen kann. Außer natürlich am Samstag, wie man hier sieht. Da ist man entspannter, da gibt es nicht ganz so viele Herzinfarkte. Man hat eine relativ gleichmäßige Wochenverteilung bei den Aufnahmen im Krankenhaus. Wenn wir das anwenden auf eine Erkrankung, die quasi eine plötzliche Verschlechterung eines Gesundheitszustandes provoziert, dann würde ich, wenn ich das darauf anwende, erwarten, und so habe ich das auch bei Corona erwartet und mit dem DIVI besprochen und habe damals ganz am Anfang in 2020 mir die DIVI-Zahlen besorgt, die Aufnahmen auf den Intensivstationen, hätte ich jetzt genauso gleichmäßig erwartet. Pustekuchen, Business as usual. Das heißt also, man hat die Patienten so, wie es im Krankenhausbetrieb auch üblich ist. Wochenende ist immer Personal etwas dünner. Man hat quasi nicht am Wochenende aufgenommen, sondern man hat gewartet bis Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Und da hat man die Hauptaufnahmen gemacht. Das war für mich auch nur ein Messpunkt. Nach den Krisenmanagern. Hier sind es nochmal die Entlassungen. Da hat sich das genauso verhalten. Das heißt also, meine Frau und ich haben damals angefangen, die DIVI-Zahlen auszuwerten. Und das kam dabei raus. Nach einer Überlastung des Gesundheitssystems sah das auch nicht aus. So haben wir uns die Krankenhausdaten besorgt, die zur Verfügung standen. Und die sehen so aus. Was Sie hier sehen, ist das Jahr 2020. Im Jahr 2020 sind diese blauen Säulen für jede Woche die Anzahl der Patientenaufnahmen. Also links fängt das mit Woche eins an. Da hat man immer um die 390.000 Patienten in deutschen Krankenhäusern aufgenommen. Und das blieb auch so, bis Frau Merkel den Lockdown dann verkündet hat. Und die elektiven Operationen den Krankenhäusern nicht mehr erlaubt waren. Elektive Operationen. Elektiv ist ausgewählt. Also Operationen zum Beispiel am Bewegungsapparat. Hüfte, Knie. Alles solche Sachen waren quasi zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr gestattet. Und die Krankenhäuser mussten auf Patienten verzichten. Das war der erste massive Einbruch an Fallzahlen. Und da jeder Fall, der ins Krankenhaus kommt, statistisch etwa 5.100, sagen wir gerundet, 5.000 Euro Durchschnittsumsatz bringt. Also jeder Patient, der kommt, bringt 5.000 Euro. Da gibt es welche, die bringen 1.000. Da gibt es welche, die bringen 10.000. Aber so im Mittel ist das ermittelt worden. So war das im Jahr 2020. Im Moment sind wir bei 5.400. Preise steigen, Energiepreise steigen, muss das natürlich auch teurer werden. Dann fehlten natürlich 200.000 Patienten pro Woche. Und wie Sie sehen, die rote Linie ist quasi die erwartete Durchschnittslinie. Wir sind im ganzen Jahr 2020 nicht mehr dahin gekommen. Trotz der Pandemie. Als Messpunkt würde ich sagen, haben wir eine Unterauslastung der Krankenhäuser. Und ich würde sagen, das könnte man sogar historisch nennen. Gunter Frank und ich, ich weiß nicht, wer es zuerst gesagt hat, haben das Wort historisch dann benutzt. Ich glaube, du warst das. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich dachte manchmal, ich wäre es. Aber ich gucke mir nochmal alle alten Videos an. Und dann bewerten wir, wer es war. Das Ergebnis daraus ist, dass die Fallzahlen, und hier sehen Sie die Fallzahlen in deutschen Krankenhäusern in Millionen seit 1998. Und eigentlich seit 20 Jahren ist historisch die Zahl 16 Millionen gar nicht erreicht gewesen. Das heißt, wir haben jetzt seit vier Jahren, inklusive 23, habe ich gestern noch dazu operiert, diese Fallzahl Rückgänge. Wenn Sie das jeweils mal 5.000 Euro nehmen oder 5.400, dann sind wir hier bei einigen Milliarden, die fehlen. Und wenn die fehlen, dann können die wahrscheinlich ihre Rechnung nicht bezahlen. Und wir wissen ja auch von einem sehr, ich sage da jetzt nichts zu, Sie wissen, welchen Bundesminister ich meine. Jedenfalls werden die Krankenhäuser früher oder später in Probleme kommen. Das ist sozusagen ein Messpunkt, wenn Sie also eine historische Unterauslastung haben. Und jetzt ist die große Frage, war sogar das Ärzteblatt vor uns da und hat das gesagt, lieber Gunther. Denn die haben geschrieben, Covid-19-Pandemie, historisch niedrige Bettenauslastung. Das hätte uns allen auffallen können, ist für mich auch ein guter Messpunkt. Ist uns nicht aufgefallen, wir haben trotzdem an die Überlastung des Gesundheitssystems geglaubt. Selbst das Wort historisch niedrige hat nicht geholfen vor Gericht. Da komme ich gleich noch zu. Ich nehme einen weiteren Messpunkt. Also es ist alles für Sie, damit Sie letztlich bei der nächsten Pandemie auch messen können. Das ist nämlich eine Jedermann-Messung. Das ist relativ einfach. Die Zahlen stehen ja immer öffentlich. Die Intensivbelegung mit Fällen einer neuen Erkrankung. Am Beispiel von Lübeck. Da war auch relativ wenig los in Schleswig-Holstein. Ich habe dieses Beispiel aus zwei Gründen hier angeführt. Erstens ist der Vorstandsvorsitzende des Uniklinikums Schleswig-Holstein, der Bruder von unserem jetzigen Bundeskanzler, Herr Jens Scholz. Zweitens hat er 70 Millionen Euro mit fast nicht vorhandenen Corona-Patienten für sein Krankenhaus gemacht. Er selbst ist unter anderem bonusabhängig bezahlter Vorstandsvorsitzender. Den grünen Abfall, das stellt die Nichtmeldung von vorhandenen Intensivbetten dar. Das war notwendig, damit eine bestimmte Auslastung für bestimmte Subventionen ermöglicht werden. Also da hatte er ein sehr schönes Händchen, dass er im richtigen Moment, bevor das Gesetz kam, die Bettenmeldung in seinem Krankenhaus im Griff hatte. Da ist ihm aufgefallen, oh Gott, die 200 Betten habe ich ja gar nicht. Vorher hatte ich sie, da brauchte ich sie, um Freihaltung zu demonstrieren. Aber dann hat er festgestellt, er hat sie doch nicht. Leider kann man eine höhere Auslastung auf Intensivstationen ja nicht herstellen, wenn man nicht mehr Patienten bekommt. In einer Pandemie würde man erwarten, dass mehr Patienten kommen. Sie kamen nicht. Und weil sie nicht kamen, insbesondere in Lübeck, konnte man ja nur Subventionen noch bekommen, wenn man nicht so viele Betten hat. Sonst läuft das mit dem Dreisatz nicht so gut. Das ist auch in diesem Fall der Fall gewesen. Ich nehme aber trotzdem fairerweise in der Intensivstation in ganz Deutschland die Einschätzung der entsprechenden Leiter der Intensivstation mal als Messpunkt mit. Und zwar hat man gesagt, die Intensivstationen müssen jeden Tag melden, wie sie ihre eigene Betriebssituation einschätzen. Und jetzt kann man sehen, dass in 2020 noch nicht alle mitgemacht haben und die Betriebssituation vielleicht auch nicht als schlecht eingeschätzt wurde. Das kann man sozusagen hier unten sehen. In 2020 gab es keine Probleme. Und dann hat man aber gesagt, komm, hier ist es doch eingeschränkt. Wenn Sie jetzt mal 2021 vergleichen, das war hier die Bundesnotbremse, die dann eingeführt wurde, dann muss man erstaunlicherweise ganz kurz mal auf Ende 2022 gucken. Da hatte man quasi fast die höchste Einschränkung im Vergleich zu allen Jahren. Also ich würde sagen, wir haben auch hier den typischen normalen Betrieb gesehen, wie Intensivstationen ausgelastet sind. So ist das in Deutschland. Ich würde sagen, wir haben nichts anderes vorgeführt bekommen. Aber auch jetzt haben wir noch Spitzenauslastungen, die aber nicht mehr ganz so hoch reichen, wie sie in der Zeit waren. Da müsste man mal nachhaken, warum das so ist. Aber es ist ein guter Messpunkt. Ich würde sagen, es war viel los. Aber die Einschätzung der Betriebssituation ist ja doch nicht an harten Fakten, sondern eher an dem, was die Krankenhausleitung entsprechend einschätzt oder die Leiter der Intensivstationen. Die freien Kapazitäten zur invasiven Beatmung standen ja auch als harter Fakt immer zur Begutachtung für alle. Man hatte Angst, dass man keinen Beatmungsplatz kriegte. Zwischendurch wurde ja sogar ausgerufen, dass diejenigen, die keine Maske tragen, bitte auf den Beatmungsplatz verzichten. War nicht nötig, weil eigentlich die Belastung wegen der Beatmungsplätze ganz gut war. Also die war nicht so ausgelastet. Das waren genügend da. Es ist heute etwas weniger mit freien Kapazitäten. Ich würde sagen, auch da haben wir den normalen Betrieb gesehen. Ich glaube, wir haben nichts Ungewöhnliches gesehen. Ein wichtiger Messpunkt und ich glaube, den haben wir alle ein bisschen übersehen. Ich fühlte mich ein bisschen wie im Tal der Ahnungslosen. Ich komme in diesem Fall leider nicht aus dem Osten. Im Osten gab es Dresden und man erzählte sich früher, die in Dresden waren, waren das Tal der Ahnungslosen. Zumindest habe ich das mal so aufgeschnappt, weil sie in einer Senke wohnten und man konnte dort Westfernsehen nicht erreichen. Und so fühlte ich mich jetzt in ganz Deutschland, denn wir hatten quasi gar keine Informationen, wie es im Ausland lief. Das gab es quasi nicht. Außer es gab mal Panikmeldungen aus England oder Belgien. Dann kriegten wir die natürlich mit. Aber von Schweden wussten wir nur, die machen nichts, machen die wirklich nichts. Und darum habe ich mich gekümmert. Für mich wäre ein Messpunkt der Regierung gewesen, des Krisenrates. Wie macht es denn das Ausland und wie kommen die zurecht? Das wäre für mich eine vernünftige Expertenuntersuchung gewesen, die offensichtlich vielleicht oder auch nicht, wir werden es in den Protokollen sehen, aber ich glaube, die haben gar nichts dergleichen gemacht, hätte angestellt werden müssen. Links sehen Sie die Maßnahmen, die man in Deutschland während der Pandemie gemacht hat. Es tut mir leid, es passt nicht alle drauf, es ist nur ein Auszug. Und rechts sehen Sie die Maßnahmen in Schweden. Jetzt müssten wir ja annehmen, dass in Schweden die Menschen alle reihenweise umgefallen sind. Tod vor allen Dingen. Dann gucken wir uns doch mal die Krankenhausauslastung in Schweden an. Die hatten keinen Lockdown. Die hatten, ich sage es nochmal, keinen Lockdown. Niemand musste zu Hause bleiben. Die hatten keine Maskenpflicht. Wollen Sie es wissen? Historische Unterauslastung der Krankenhäuser. Wie geht das denn? Die haben den Leuten gesagt, wenn ihr krank seid, bleibt zu Hause. Das haben die ernst gemeint. Die haben gesagt, wenn ihr krank seid, bleibt zu Hause. Man muss sich ja natürlich mal vorstellen, in Deutschland war es ja so, dass man dann ganz irre Kontaktnachverfolgungen gemacht hat. In Schweden hat man sowas ähnliches gemacht, nur eben viel laxer. Man hat nämlich nur die Kranken versucht zu kontaktieren, also die, die krank waren, und hat denen gesagt, bleibt zu Hause. Es gab keine verpflichtende Quarantäne, demzufolge auch keine Quarantänebrecher, die jetzt vor Gericht stünden, oder es gab auch keine Maskenverweigerer, weil es keine Maskenpflichten gab, demzufolge auch keine Gerichtsverfahren wegen Masken. Es gab auch keine 2G-Auflagen, kann ich vorwegnehmen. Ich mache da mal so einen kleinen Sprung. Demzufolge auch keine Verfahren wegen gefälschter Impfpässe. Und ich finde nicht mal, dass das Wort gefälscht eigentlich richtig ist, denn eigentlich ist es ja ein Erinnerungsdokument gewesen bisher. Und man hat es kurzfristig als Dokument für den Rechtsverkehr benutzt und dann wieder aufgehört damit. Also würden Sie heute zu einer Tankstelle mit Ihrem Impfpass gehen, würde der Ihnen sagen, sind Sie noch ganz normal. Während er vor zwei Jahren gesagt hätte, ohne Impfpass können Sie hier leider nur draußen bezahlen. So wandeln sich die Zeiten. In Schweden war das nicht. Dafür gibt es hier heute, aber haben wir ja schon gehört und wir werden das auch von dem Chris Moser noch hören, Gerichtsverfahren, die ihresgleichen in dem Negativformat suchen. Historische Unterauslastung. Herr Wieler war im Untersuchungsausschuss in Brandenburg vorgeladen und hat gesagt, der Grund, warum die Krankenhauszahlen nicht übergelaufen sind, ist der Lockdown und die Maßnahmen gewesen. Hier ist der Gegenbeweis. Und natürlich kann man Schweden vergleichen, falls Sie das im Kopf hatten, dass das irgendwie demografisch anders ist. Stockholm hat zweieinhalb Millionen Einwohner und ist definitiv zu vergleichen mit Deutschland. Diese ganzen Daten, übrigens, ich habe angefragt per E-Mail, das war mein erster Kontakt im November 2023 beim schwedischen Gesundheitsministerium, innerhalb von zwei Stunden hatte ich Antwort. So funktioniert das. Also wenn ich das jetzt mal acht rechne, wir sind achtmal so viele Leute hier, dann hätte ich in 16 Stunden Antwort in Deutschland haben müssen. Ich würde sagen, es dauert eher 16 Monate bis 16 Jahre. Ja, ein weiterer Messpunkt, den wir auch nicht hätten übersehen dürfen, ist die Außendarstellung der Kliniken. Ich nehme wieder mein eben bekanntes Beispiel, Lübeck. Wissen Sie, wie sich in der Pandemie die Kliniken dargestellt haben? Das ist die Jerusalemer Challenge und wir haben ja jetzt gesehen, wie viel Videotechnik aufgebaut werden muss, um eine Sache vernünftig mitzukriegen. Das sind alles vernünftige Produktionen. Man hat es überall, im gesamten Gebäude, überall und man sieht ja nicht einen Patienten. Also offensichtlich hatten die keine. Wir haben es ja schon anhand der Daten gesehen. Die haben die ganze Hütte frei gemacht, aber Sie müssen ja auch bedenken, wer schon mal im Fitnessstudio gewesen ist, der kennt ja diese Stepkurse, wo die zu Musik dann eine Choreografie einüben. Das dauert Wochen, bis das eingeübt ist. Also Sie gehen da Woche für, also die müssen das ja auch geübt haben, um das im Gleichschritt zu machen. Das geht ja nicht so, macht mal jetzt alle das Gleiche. Die haben das wochenlang geübt, bis sie das konnten und nicht jeder ist ja talentiert. Stellen Sie sich mich mal vor, beim Tanzen mit anderen. Das wäre nichts für mich. Und tatsächlich muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, den Hubschrauber-Landeplatz haben Sie auch nicht ausgelassen. Also dass da keiner runtergefallen ist, im OP, also es ist wirklich, ja, was soll ich dazu sagen? Wir hätten, wir hätten es wissen können, denn im Internet war es voll davon. Ich mache jetzt nochmal, auch in fairer Weise, damit Herr Scholz nicht die ganze Zeit hier seine eigenen Taten zu sehen bekommt, nehmen wir mal ein Klinikum Braunschweig. Der Hubschrauber-Landeplatz kann ich Ihnen sagen und es sind, von diesen Videos sind Hunderte im Netz von Krankenhäusern auf der ganzen Welt. Aber der Hubschrauber-Landeplatz, das muss ich feststellen, der war immer ein sehr beliebter und mit Drohne und so, da hat man also gerne gemacht. Klinikum Esslingen, da hat man es unten gemacht. Vielleicht haben die keinen. Ich weiß es nicht. Gut. Das ist für mich ein weiterer Messpunkt, wenn Kliniken auf einmal anfangen, in allen Zimmern, in OP-Sälen, auf Hubschrauber-Landeplätzen, in Eingängen, in Empfangsbereichen zu tanzen und das mit komischer Kostümierung, mit einer Choreografie und einer Vielzahl von Videotechnik, dann bin ich misstrauisch, ob es eine Pandemie ist. Ich habe das damals in Facebook geteilt, dass ich misstrauisch bin und da kamen gleich Leute, die mir dann ganz böse entgegengetreten sind, man würde das machen, damit die Corona-Patienten ein bisschen Freude verspüren. Ich war nicht im Krankenhaus mit Corona und kann deswegen das nicht, also falls Sie einen kennen, der deswegen sich gefreut hat, würde ich gerne, dass Sie ihm meine Telefonnummer geben. Ich würde das gerne nochmal erfahren, ob es wirklich so war, ob es jemanden gegeben hat, der sich da, also falls jetzt jemand das auch sieht, vielleicht. Ja, natürlich, die hatten es ja besonders schwer und deswegen würde ich es auch sagen, ich hatte auch meine Schwierigkeiten, habe dann aber gedacht, diskutieren scheint jetzt nicht mehr korrekt zu sein und habe das dann gelassen und da sind natürlich auch Freundschaften zerbrochen. Auf Facebook ist man ja nur mit echten Freunden befreundet. Da gab es in diesem Fall ein kleines Zerwürfnis. Man hat mich dann als übertrieben skeptisch eingestuft und diese Freundesgruppe ist jetzt nicht mehr, vielleicht gucken Sie heute zu. Ja, dann kann man die Antworten, ich habe das hier gerade eben übergangen, Antworten der Bundesregierung, die kriegt man natürlich auch, wenn man mit Abgeordneten arbeitet, man kann theoretisch, das können auch alle Sie machen, Sie können Abgeordneten nicht bloß schreiben, nicht für die Impfpflicht stimmen, sondern Sie können auch sagen, bitte stellen Sie diese Frage an die Bundesregierung und da sind ja für jeden Abgeordneten im Bundestag vier Fragen im Monat frei, die er stellen darf, die innerhalb von einer Woche beantwortet werden müssen. Vier schriftliche Fragen. Das darf keine lange Frage, also es kann eine lange Frage sein, aber es darf keine große Erklärung, keine Präambel oder sonst was sein, wie in einer Kleinanfrage, sondern eine schriftliche Frage. Eine solche Frage ist zum Beispiel, jetzt muss ich das hier mal lesen, welche Finanzmittel wurden seit dem 1. Oktober 2021 bis heute für die flächendeckende Werbekampagne für die Covid-19-Impfungen über die verschiedensten Medienkanäle zur Verfügung gestellt beziehungsweise budgetiert, bitte nach Medienkanälen, Printmedien, Internet, Radio, TV aufschlüsseln. Die Frage wurde gestellt am 1. März 2022. Ich kann nicht verleugnen, dass mir diese Frage im Sinn war und ich das wissen wollte. Ich habe dann Abgeordnete angeschrieben. Dieser Abgeordnete hat dann diese Frage eingereicht und jetzt gucken wir uns doch mal die Antwort an. Nein, das ist nicht die Antwort. Moment. Schade, die ist leider hier nicht reingekommen. Ich sage es Ihnen so, 300 Millionen Euro. Aber wer die Antwort haben will, kriegt sie von mir natürlich nochmal nachgeliefert. Die Bundesregierung hat dann geantwortet, 295 Millionen Euro sind für die Impfkampagne, Impfaufklärung investiert worden. Eine Woche. Ja, diese Fragen dauern immer eine Woche. Es gibt Ausnahmen. Das Bundesverteidigungsministerium arbeitet nicht ganz so schnell. Die erbitten sich dann immer eine Fristverlängerung um eine Woche. Aber dann kommt die Antwort. Und die antworten immer. Und erstaunlicherweise entgegen der Politiker, die sich öffentlich äußern, sind das hier wahre Antworten in der Regel. Ja, also die Verwaltung im Hintergrund arbeitet noch. Vorne sieht es manchmal anders aus. Da komme ich gleich zu. Hier ist eine Antwort von hinten. Die ist jetzt allerdings etwas später erst gekommen. Da geht es um die Frage, war das Gesundheitssystem in Deutschland nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2020 bundesweit überlastet? Und wenn ja, wann, an welchen Tagen war das Gesundheitssystem durch welche Umstände aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie überlastet? Dies entspringt wiederum einer kleinen Anfrage, in dem Fall der AfD. Und die Regierung antwortet, das RKI hat für den Zeitraum, in dem die Kapazitäten von Gesundheitsämtern abgefragt wurde, keine bundesweite Überlastung dokumentiert. 2023. Naja, unten ist nochmal die Spitzen. Die hatten wir ja vorhin schon uns angesehen. Ich weiß nicht, ob die jetzt kommen. Nee, die kommen nicht. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. und zwar, das müssen wir uns alles jetzt nochmal angucken. Die Spitzen waren das hier. Diese Spitzen nennt die Bundesregierung jetzt, die blauen, wobei sie dann ausgelassen hat, dass es in 2022, wo ja die Impfkampagne komplett ausgerollt gewesen ist, die haben sie dann nicht mehr genannt. Da hatten sie ein bisschen Last, glaube ich. Ich gehe nochmal wieder schnell vor. Fast forward. Und die haben sie genannt, Januar, April, Dezember blau markiert. Das sind die blauen Pfeile. Also hätten sie die Bundesregierung fragen lassen, zum Beispiel hätte eine Presseagentur die Bundesregierung fragen lassen, hätten die Antworten gekriegt, die so in der Zeitung ja nicht gestanden haben. Möglicherweise sind die Fragen von der Presse nicht gestellt worden. Oder wenn sie nicht, wenn sie gestellt worden sind, waren die Antworten vielleicht schwer verständlich und wurden deshalb nicht gedruckt. Jetzt kommt was, was sie alle noch nicht gesehen haben. Da bin ich mir ganz sicher. Wer kennt die Cosmo-Studie? Ja, jetzt wird es einer. Die Cosmo-Studie ist was ganz Besonderes. Also das Bild, die Auswahl ist schon irgendwie toll. Die Cosmo-Studie sind die Covid-19 Snapshot Monitoring. Das ist sozusagen die weißen Buchstaben ergeben Cosmo. Die psychologische Lage der Deutschen untersucht von Professor Dr. Cornelia Beetsch für das Cosmo-Konsortium Heisenberg-Professur für Gesundheitskommunikation. Bitte schauen Sie mal ganz rechts oben. Wann hat man denn das begonnen? Am 2. März 2020 hat man das psychologische Verhalten der Menschen angefangen zu untersuchen. Wow. Ich glaube, die saß bei den Krisenmanagern vielleicht auch dabei. Müssten wir nachher noch mal gucken. Ja, ich habe mir dann mal angeguckt, wer diese Cosmo-Studie denn jetzt genau leitet. Bei Wikipedia hat sie einen Eintrag. Umgang mit Impfgegnern ist sozusagen ein Teil auf Wikipedia von Frau Cornelia Beetsch. Einer größeren Öffentlichkeit wurde sie bekannt durch Presseinterviews und Berichterstattung zum Thema Impfgegnerschaft, zu der sie Forschung betrieben hat und als Expertin gehört wurde, während der Covid-19-Panemie initiierte sie das regelmäßige Covid-19-Snap Cosmo. Die Ergebnisse flossen auch in Beratungen der Bundes- und Landesregierungen innerhalb der Corona-Pandemie ein. Also wir haben uns quasi ganz am Anfang eine Psychologie-Expertin, psychologische Expertin hineingeholt, die Impfgegner psychologisch schon mal gemonitort hat. Am 2. März 2020. Ich glaube, das war aus Versehen, dass das gewählt wurde, aber vielleicht auch nicht, denn jetzt ist sie wiederum in dem Expert großes Ihnen Rat für Gesundheit und Resilienz, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt zum Thema Klimawandel. In unserer Forschung wollen wir verstehen, was klimagesundes Verhalten beeinflusst. Diese Erkenntnisse können beim Gestalten effektiver politischer Rahmenbedingungen und ich muss hier lesen und guter erklärender Kommunikation helfen. Kein Wunder, dass ich das nicht lesen kann. Kommen wir zu der Kosmos-Studie. Sie werden gleich fürchterlich begeistert sein. Das ist ja eine Langzeitstudie Erleben und Verhalten von Geimpften und Ungeimpften in Deutschland und Österreich. Also, dass sie eine Vorstellung haben, die haben im Internet etwa 1100 Leute rekrutiert. Diese Leute, wenn ich das richtig gesehen habe, haben auch kleine Geldbeträge wohl bekommen und es waren etwa 100 Ungeimpfte dabei und der Rest waren Geimpfte. Also, es war von der Quote her etwas her und deswegen konnten sie das ein bisschen untersuchen und hier ist nochmal etwas, was ich auch sehr interessant finde. Ich lese das auch nochmal vor. Die Ängste vor der Impfung sollten reduziert werden. Das ist ein Teil ihres Berichts, den hat sie wöchentlich abgegeben. Dazu können Ärztinnen besonders informiert und geschult werden. Also, das wäre vielleicht gut gewesen, wenn man sie über die Inhaltsstoffe und all das Verfahren informiert hätte. Auch das Widerlegen von Falschinformationen sollte ein großes Gewicht bekommen. Hier braucht auch medizinisches Personal Unterstützung. Eine wissenschaftliche Begründung der Impfpflicht sowie Maßnahmen zur Verringerung des durch die Impfpflicht ausgelösten Ärgers sind wichtig. Zum Beispiel Erklären des sozialen und wirtschaftlichen Nutzens. Also, ich weiß nicht, ob das Grundlage für eine Impfung sein kann, dass man aufgeklärt wird über den sozialen und wirtschaftlichen Nutzen, aber Frau Beetsch ist der Auffassung ganz offenkundig. Das heißt also, sie hat sich eigentlich nicht mit der inhaltlichen Substanz auseinander gesetzt, sondern sie hat gesagt, das Impfen ist mal jetzt da und jetzt müssen Peer-to-Peer-Programme, bei denen motivierte Laien dabei unterstützt werden, mit anderen Leuten über das Impfen zu reden. Deswegen hat die Bäckerin mich auch immer angesprochen und gesagt, Lausen, bist du schon geimpft? Ich habe mich immer gefragt, woher sie die ganze Fachkenntnis hatte, während sie als Bäckerei Verkäuferin doch relativ viel zu tun hatte. Das Impfen zu reden könnten dazu beitragen, einzelne Personen tatsächlich eine medizinische Aufklärung durch Nachbarn, Freunde oder sonst wen zu erlangen. Frau Beetsch war der Meinung, insgesamt sollte auf eine respektvolle und sachliche Kommunikation insbesondere durch Personen des öffentlichen Interesses geachtet werden. Das Vertrauen von Ungeimpften in die Bundesregierung ist bereits so niedrig, dass es kaum mehr verspielt werden kann. Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung sollten vor allem darauf fokussieren, das Vertrauen der Mehrheit von Geimpften zu erhalten und idealerweise zu stärken. Ich finde das doch durchaus sehr offen. Der letzte Satz ist auch schön. Überlegungen zur Durchsetzung der Impfpflicht werden mit einbeziehen müssen, dass es unter den Ungeimpften einen großen Teil an Personen gibt, die die Pflicht umgehen wollen. Professor Dr. Cornelia Beetsch. Aber es wird noch besser. Jetzt. Man hat seit 2. März, seit Beginn der Studie, die Impfbereitschaft ungeimpfter Personen untersucht. Man hat untersucht permanent jede Woche, wie ist die Impfbereitschaft? Ist sie besser oder schlechter? Ich weiß zwar nicht, warum man am 2. März 2020 schon die Impfbereitschaft untersuchen musste, wo ja noch nicht mal gesagt wurde, dass jetzt 7 Milliarden Menschen geimpft werden müssen. Das war ja am 2. März noch gar nicht bekannt. Oder vielleicht doch. Gut, wir wissen, schon lange die im Hintergrund laufenden Impfstoffproduktionen seit 2019 in Gange waren, zum Beispiel bei Moderna. Aber in diesem Fall finde ich es sehr interessant, dass Frau Beetsch dem Vorschub geleistet hat, dass die Bundesregierung wusste, wie die Impfbereitschaft sich entwickelt. Und zwar mit und ohne Migrationshintergrund. das finde ich allerdings schon ziemlich an der Grenze einer roten Linie, die öffentlich gar nicht so gesagt werden darf. Diese Ergebnisse sind alle öffentlich erreichbar. Also nur, dass Sie nochmal wissen, alle meine Daten, die ich jemals geholt habe, sind Regierungsdaten. Ich habe noch nie Daten verwendet, zumindest kann ich mich im Moment nicht erinnern, ich hoffe, ich lehme mich nicht zu weit aus dem Fenster, die nicht deutsche offizielle Daten waren, also von Behörden, von der Regierung. Und auch diese Studie ist ja offiziell in Auftrag gegeben worden, deswegen sind das für mich auch entsprechende Forschungsdaten, die offiziell in Auftrag gegeben wurden. Ja, da war ich ein bisschen platt, als ich gesehen habe, dass man das schon am 2. März erforscht hat. Ich fand es aber einen guten Messpunkt, achten Sie darauf, welche Studien tatsächlich in einer ausgerufenen Pandemie betrieben werden. Sind es Studien, die zum Impfen führen sollen? Sind es Propagandagelder, die 300 Millionen betragen und für eine Kommunikation eingesetzt werden, damit geimpft wird? Das sind alles Messpunkte, die Sie messen können. Und jetzt, nachdem wir das alles gesehen haben, gucken wir mal, wie die Medien das dargestellt haben. Ja, und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das stimmt jetzt nicht mehr mit den Messpunkten überein, die ich gezeigt habe und die hoch offiziell sind und das war jetzt am 29. 10. 2020. Das mag an sich stimmen, dass immer mehr Patienten auf der Intensivstation liegen und es ist im Grunde genommen ein pressetechnischer Trick, um nicht zu lügen, aber mit der Aussage etwas zu insinuieren bei dem Leser, dass er denkt, jetzt brennt hier die Hütte. Und das ist natürlich genauso falsch, als wenn man falsche Informationen schreibt. Also insofern sind das für mich falsche Informationen. Der NDR hat dabei auch mitgemacht, also das sind jetzt nur Beispiele ansturmen auf die Intensivstationen, das sind ja nur Beispiele, insbesondere der NDR hatte dazu gar nichts beizutragen, denn im Norden war überhaupt nichts los auf den Intensivstationen. Ja, und das sind dann die Bilder, wenn Sie in Google mal danach schauen. Und jetzt kommt eigentlich das Schlimmste, wo auch der Chris Moser nachher noch drüber berichten wird, die Auswirkungen der Propaganda, was ja tatsächlich nur ein ganz kleiner Messpunkt waren, sind die Urteile. Und da schließt sich der Bogen bei der Überlastung des Gesundheitssystems. Ich habe mal die Rechtsprechungsdatenbank in Niedersachsen nur mal kurz aufgerufen nach Überlastung des Gesundheitssystems und habe mal geguckt, hier sind Urteile, die sind am 16. 4. 2020 gefallen und immer mit dem Wort laut Verwaltungsgericht Hannover, 16. 4. zur Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems verantwortet werden kann, dass Besuchs und, naja, wir können Betretungsverbote lockern und so weiter aufzuheben, das geht nicht. Also das ist natürlich unmöglich. Dann sehen Sie auch hier 23. 6. zu den Verbreitungswegen des Virus oder zur Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems. Die Richter haben nicht gearbeitet. Die Richter haben nicht gearbeitet. Sie sind nie sorgfältig gewesen. Niemals, zu keinem Zeitpunkt. Und das ist nicht nur damals so gewesen, man könnte ja sagen, die waren jetzt geschockt. Passen Sie auf. Das ist 23. Immer noch Überlastung des Gesundheitssystems. Sie hätten Daten. Sie hätten Daten. Es gibt alle Daten, sie sind alle da. Und sie haben dieses Bewusstsein nicht. Und es sind nämlich die Juristen selber, die unser Problem sind. Und jetzt kommt unsere Aufgabe und damit komme ich auch zum Ende meiner Überlastung des Gesundheitssystems. Schuldunfähige, so ist es vor Gericht, das wird auch der Anwalt Herr Moser bestätigen, hatten das Schuldbewusstsein nicht. Und unsere Aufgabe ist, und da fühle ich mich mit verpflichtet, wir müssen den Richtern das Bewusstsein geben, bezeichnen wir es als, wir müssen sie bösgläubig machen. Es geht ja gar nicht anders. Und damit ist mein erster Teil zu Ende. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.